Ein leidenschaftlicher Schachspieler wünschte Befreiung von seiner Neigung, sich als Versager zu fühlen, jedes Mal, wenn er eine Partie Schach verloren hatte. Nachdem er zwei Jahre bei einem berühmten Rabbi in die Lehre gegangen war, glaubte er, versagt zu haben, jedes Mal, wenn er gewonnen hatte. Anschließend war er drei Jahre lang der Schüler eines Sufi-Waisen, von dem er lernte, dass er versagt hatte, jedes Mal, wenn er sich als Verlierer gut fühlte. Immer noch unbefriedigt ging er vier Jahre lang in die Himalaya-Berge, wo er von einem bekannten Yogi lernte, dass er versagt hatte, jedes Mal, wenn er sich schuldig fühlte, weil er gewonnen hatte. Schließlich begegnete er einem Zen-Meister. Innerhalb weniger Wochen lernte er endlich, wie man die Bauern geschickt platziert. Willkommen zurück nach einer langen Sommerpause im zweiten Teil der fünften Staffel meines Podcasts Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Heute geht es um etwas, was, zumindest in meinen Coachings, ein ganz oft nachgefragtes Thema ist. Der sogenannte Burnout-Rückfall oder auch die ständig nagende Angst vor einem Rückfall, wenn du merkst, dass du dich gerade noch so durch den Alltag schleppst, aber eigentlich schon wieder an der Tür zum Burnout kratzt. An Ninas Beispiel erfährst du heute von mir, warum es so häufig zu vermeintlichen Rückfällen kommt, was der Nummer eins Grund dafür ist und welche vier Schritte du tun kannst, wenn du einen Rückfall erlebst oder besser, wie du ihm vorbeugen und damit auch deine Rückfallangst minimieren kannst. Denn der Kontrollverlust über den eigenen Körper ist in der Regel ein einschneidendes Erlebnis für die Betroffenen und dieses Gefühl, sicher vor dem nächsten Burnout zu sein, will sich manchmal einfach nicht einstellen. Klingt nach einem guten Einstieg? Na dann mal los! Nachdem ich gerade ca. 10 Mal das Wort Burnout-Rückfall in der Einleitung benutzt habe, kommt hier im ersten Satz schon mein Twist. Ich behaupte, einen Burnout-Rückfall im klassischen Sinne kann es bei Burnout eigentlich gar nicht geben. Japp, du hast richtig gehört. Denn die Ursache für deinen Burnout liegt ja nicht in einem Virus oder einem Bakterium, welches dich befallen hat und dies jederzeit wieder tun könnte. Burnout ist keine Grippe. Es entsteht aus einer gewissen Geisteshaltung, einer belastenden oder überlastenden Arbeits- oder gar Lebenseinstellung, aus dem Übergehen oder dem sich-nicht-Bewusstsein der eigenen Bedürfnisse nach Ruhe, Kreativität, Liebe und freier Entfaltung deiner Persönlichkeit. Das weißt du schon aus all den vorhergehenden Staffeln, insbesondere aus Staffel 1 und 2. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es zu etwas kommen kann, was ich als ein Kurzzeit- oder temporäres Burnout bezeichnen würde, also ein Zustand ähnlich dem eines Burnouts, der aber begrenzt ist, wenn man außergewöhnliche Krisensituationen zu meistern hat, welche aber naturgemäß immer zeitlich auch begrenzt und vor allem nicht zu ändern sind. Jetzt soll es erst einmal um das gehen, was ich in meiner Praxis am häufigsten erlebe. Den klassischen Rückfall, der über die Hälfte der Coaching-Anfragen bei Burnout-Coaching Berlin ausmacht. Das ist schon eine Menge. Nina kam vor einem Jahr in meine Praxis und war mega verzweifelt. Sie hatte zwei Jahre zuvor bereits einen Burnout erlitten, war damals für drei Monate krank geschrieben und erhielt Medikamente, die ihr helfen sollten, sich psychisch zu entspannen und wieder zu ordnen, wie der Psychiater ihr gesagt hatte. Die ersten vier Wochen ihrer Krankschreibung hatte sie in einer Klinik verbracht, wo man sie medikamentös einstellte und ihr hier und da therapeutische Entspannungsaktivitäten wie Töpfern, aber eben auch Sport wie Wandern, Schwimmen und Yoga und natürlich Gespräche mit einem Psychologen anbot. Tatsächlich fühlte Nina sich danach auch etwas besser, kam nach Hause zurück und nach nur weiteren acht Wochen konnte sie schon wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Alle waren zufrieden. Nina, der Arzt, der Arbeitgeber, der Ehemann, die Krankenkasse. Doch nun, über anderthalb Jahre später, stand sie gefühlt wieder an genau dem gleichen Punkt. Sie war erschöpft, hatte Magenschmerzen, konnte Abend für Abend nicht einschlafen und wollte morgens am liebsten gar nicht erst aufstehen, so überfahren fühlte sie sich von den Kids, den E-Mails, der 50-Stunden-Woche und allem, was der Alltag noch mit sich brachte. Noch während unserer ersten Sitzung konstatierte sie, dass sie sich genau genommen nicht nur so fühlte wie in ihrem ersten Burnout, sondern sogar noch viel, viel schlechter. Denn sie hatte ja schon eine Therapie für vier Wochen in der Klinik gemacht und sie nahm ja ihre Medikamente. Sie fragte sich, ob dieser Zustand nun für immer so bleiben würde und wie das alles weitergehen sollte. Denn wer kann es sich heutzutage schon leisten, immer wieder drei Monate oder mehr auszufallen? Und was war mit diesen Sch-Medikamenten? Nina hatte richtig gehen Panik, ihre Lebensqualität jetzt nie wieder zurückzugewinnen, keine gute Mutter mehr sein zu können, ihren Job wegen ihrer immer weniger werdenden Leistungsfähigkeit und eventuell auch weiteren Krankschreibungen schlussendlich zu verlieren. Sie bekam Panikattacken jedes Mal, wenn sie das Gefühl bekam, in dieser Burnout-Spirale gefangen zu sein. In unserer ersten Sitzung saß sie also müde und aufgewühlt vor mir und fragte mich, wie das denn jetzt weitergehen sollte, da sie sich nicht wieder krankschreiben lassen wollte, wenn das sowieso nichts half und alles immer wieder von vorn beginnen würde, wie beim letzten Mal. Na? Hast du dich in Ninas Geschichte wiedererkannt? Wenn ja, habe ich nun eine schlechte Nachricht für dich, die aber eigentlich auch eine sehr gute Nachricht ist. Denn du bist, genau wie Nina, nicht zum zweiten Mal im Burnout. Sondern dein erstes Burnout hat im Prinzip noch nicht geendet, auch wenn die Symptome kurzzeitig besser waren. Deine Heilung ist also keinesfalls fehlgeschlagen, sie ist nur noch nicht abgeschlossen. Ich weiß, ich weiß, das hört sich crazy an, aber warte mal auf mein Warum. Eine Auszeit, weit weg von allem, wie zum Beispiel in einer Klinik oder einer Kureinrichtung, ist hervorragend geeignet, um die Erholung und das Krafttanken zu beschleunigen, was du brauchst, um dein Burnout-Problem überhaupt angehen zu können. Der Chef, die Kids, die Sorgen und Ängste, der Alltag zehren hier nicht an deinen Kräften. Nach so einer Kur- oder so einem Klinikaufenthalt verschwindet das Burnout-Gefühl dann erst mal. Immerhin ist es ja meist die Erschöpfung, die sich durch diese körperlichen Symptome bemerkbar macht. Aber die Erschöpfung oder die Depression und alles, was damit einhergeht, sind der Auslöser dafür, dass wir überhaupt erst mal merken, dass etwas nicht stimmt mit uns, dass Körper und Geist das Einzige einfordern, was jetzt noch hilft, nämlich Ausruhen. Erschöpfung und Depressionen, die nun erst mal ihren Tribut fordern, sind jedoch nicht die Ursache der Erkrankung. Und das ist ein riesengroßer Unterschied und auch die Tücke in dieser ganzen Geschichte. Denn es fehlt der heilende Zwischenschritt. sich auszuruhen, in die Klinik zu gehen, eine Kur zu machen, Medikamente zu nehmen, vielleicht auch ein paar Sitzungen mit einem Psychologen zu haben in der Klinik und danach weiterzumachen wie bisher, ist ungefähr so, wie im Bikini im Winter mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren, dann eine Bronchitis zu bekommen, sie halbwegs auszukurieren, bis die Symptome nicht mehr so spürbar sind, um dann sofort wieder aufs Fahrrad zu steigen und immer wieder so weiterzumachen. Das ansatzweise Auskurieren der Bronchitis durch Ruhe und Tee und Erkältungsmedikamente lindert die Symptome und lässt sie vielleicht sogar fast ganz verschwinden. Das Problem jedoch, also dass du im Bikini im Winter auf dein Fahrrad steigst und auf Arbeit fährst, das bleibt bestehen. Und irgendwann, Wochen, nachdem die ersten Symptome da und wieder weg und da und wieder weg waren, gibt es plötzlich eine Lungenentzündung. Ich hoffe, dieses etwas absurde Beispiel macht es deutlich. Das ist also der große Unterschied zwischen einem Klinikaufenthalt und Medikamenten und einem Coaching oder einer Psychotherapie, die dich nach der Klinik und den Medikamenten für mehrere Monate im Alltag, auch wenn du schon wieder arbeiten bist, noch begleitet. Um deinem Burnout Lebewohl sagen zu können, musst du herausfinden, wo in deinem Alltag du immer wieder im Bikini aufs Fahrrad steigst, ohne das zu merken. Was hast du übersehen? Du weißt aus Staffel 1, Folge 4 bereits, dass wir viele Entscheidungen total unbewusst treffen und dass wir manchmal Überzeugungen mit uns herumschleppen, die fast so alt sind wie wir selber. Deswegen ist es auch so schwierig, diese selbst zu erkennen und zu überprüfen oder gar zu ändern. Und selbst für den besten Psychologen ist das fast unmöglich, wenn er nicht an deinem Alltag teilnehmen kann, sondern dich nur für vier Wochen in einer Kur oder einer Klinik kennenlernt. Wir wissen also teilweise nicht mal, dass wir im Bikini aufs Fahrrad steigen oder wir wissen zwar, dass wir im Bikini bei Minusgraden Fahrrad fahren, aber nicht, warum wir das eigentlich immer wieder machen und vor allem, dass es eigentlich auch ganz anders geht und wir mit einem anderen Weg oder einer anderen Überzeugung gar nicht mehr in der Bronchitis oder eben im Burnout landen würden. Dir in dieser Phase der Reflexion und der Änderung dieser Überzeugungen zur Seite zu stehen, genauer hinzusehen und auch neue Blickwinkel aufzuzeigen, dazu sind gute Coaches und Therapeuten da. Die Erholung für den Anfang findest du in der Klinik oder in ein paar Sabbatmonaten oder einfach auch krankgeschrieben zu Hause. Die Wurzel deines Burnouts, die es auszumerzen gilt und viele neue Inspirationen, um Überlastungsgewohnheiten in gesunde Gewohnheiten umzuwandeln, findest du in deinem Alltag, in deinem ganz normalen Leben mit deinem Coach oder deinem Therapeuten. Hier kommt die Zusammenfassung, das kannst du also tun, wenn du dich in einer gefühlten Burnout-Rückfall-Spirale befindest. Erstens, freunde dich mit dem Gedanken an, dass es keine einfache, schnelle, ad hoc-Lösung für dein Burnout gibt. Zweitens, hole dir immer eine Zweitmeinung ein, wenn du medikamentös behandelt wirst. Mehr dazu erfährst du von mir in der nächsten Folge. Drittens, such dir einen Therapeuten oder Coach, mit dem du auf einer Wellenlänge bist und dem du vertrauen kannst. Viertens, ziehe eine neue Auszeit in Erwägung, gerne auch zu Hause, um zumindest etwas erholt und gekräftigt zu sein für deinen Neustart mit Therapeutin oder Coachin, um dein Burnout mit beiden Händen an der Wurzel zu packen und aufzulösen, nachhaltig und diesmal für immer. Übrigens können auch enorme Krisen wie Todesfälle, Scheidungen oder eine Pandemie zu kurzzeitigen und akuten Überlastungssymptomen führen. Dies ist etwas, was sich tatsächlich schneller und etwas anders handeln lässt, wie du aus Staffel 3, Folge 8 schon erfahren hast. Auch hier kann es sinnvoll sein, sich die Unterstützung durch einen Therapeuten zu sichern, bis du das Gefühl hast, dass dein Leben wieder in geraden Bahnen verläuft. Vielleicht hast du auch schon eine Therapie gemacht und hast trotzdem manchmal das Gefühl, du schrammst ganz knapp am Burnout vorbei. In so einem Fall kann es sinnvoll sein, sich nochmal für eine Kurzzeittherapie anzumelden oder aber sich nochmal einen anderen Therapeuten oder Coach zu suchen, der vielleicht mit anderen Konzepten arbeitet und dir helfen kann, das, was du vielleicht in deinem Alltag in der letzten Therapie noch nicht so fest verankern konntest, nochmal neu und stabiler zu verankern. Ansonsten ist der Wunsch, ein Burnout möge sich mittels kurzer Intensivbehandlung oder nur mit Medikamenten schnell und einfach lösen lassen, total menschlich und absolut nachvollziehbar. Niemand möchte lange unter Erschöpfung und Schlafstörungen Panikattacken oder Schwindel, Migräne, Magen, Rücken und sonstigen Beschwerden leiden. Der Grund, warum das nicht geht, ist, dass die Basis, aufgrund derer sich dein Burnout entwickeln konnte, über Jahre geschaffen wurde und das Erkennen und Ändern von Gewohnheiten und Blickwinkeln Zeit braucht. Deswegen reichen auch die Psychologengespräche in vier Wochen Kliniken nicht aus. Warum das alles so viel Zeit braucht, dem habe ich mich auch schon ausführlicher in Staffel 1, Folge 8, Gut Ding will Weile haben, gewidmet. Alles im Leben hat seine Zeit. Die schnelle Lösung für nachhaltigen, inneren Frieden lässt sich leider nicht erzwingen. Das wussten sogar schon die alten Meister in China. Die folgende Anekdote zeigt. Ein junger Mann suchte einen alten Waisen auf. Meister, wie lange wird es dauern, bis ich Befreiung erlangt habe? Vielleicht zehn Jahre, entgegnete der Alte. Und wenn ich mich besonders anstrenge, wie lange dauert es dann? fragte der Schüler. In diesem Fall, sagte der Meister, kann es 20 Jahre dauern. Ich nehme aber wirklich jede Härte auf mich. Ich will so schnell wie möglich ans Ziel gelangen, beteuerte der junge Mann. Dann, erwiderte der Weise, kann es sogar bis zu 40 Jahre dauern. Das Mantra der Woche soll dich diesmal daran erinnern, dir Zeit und einen Coach oder Therapeuten deines Vertrauens auf deiner Wellenlänge zu nehmen und mit ihm oder ihr gemeinsam dein Burnout, deine Lebenssituation anzuschauen und dich nochmal zu fragen. Was habe ich übersehen? Übernächste Woche hören wir uns wieder und knüpfen an die heutige Folge mit dem Thema Depressionen an. Mehr über meine Erfahrungen zum Thema Burnout und ein bisschen Schmökerstoff für die dunkle Jahreszeit inklusive vier Übungen zum wirklich runterkommen und reflektieren findest du übrigens in meinem Buch zum Podcast Burnout von der Leichtigkeit des Seins, wie du deinen inneren Stressknoten auflöst und dich endlich aus dem Burnout befreist. Bestell es dir jetzt auf meiner Webseite www.burnout-coaching-berlin.de oder klick einfach auf den Link im Beschreibungstext dieser Episode. Ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen an dieser Stelle wiederhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und pass auf dich auf. Deine Susi Deine Susi Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020